Radio war eigentlich immer mein Leben gewesen. Schon seit Kindesjahren habe ich mich gewundert, was ist da eigentlich los in einem Röhrenempfänger, wie es damals war, in den 60er Jahren. Wie funktioniert Radio überhaupt? Was machen die Leute da? Wo sind die Schallplatten, die da gespielt werden? Weil ich hatte schon einen Plattenspieler. Ja, so kam es und Radio hat mich seitdem nie wieder losgelassen. Im Gegenteil, ich wollte aktiv Radio machen. Als ich dann mal ein Studio besuchen durfte, ein richtig professionell ausgestattetes Studio besuchen durfte, da schlug mein Herz natürlich einige Frequenzen höher und ich habe Blut gelegt. Als dann das Internetradio Einzug gehalten hatte in die große digitale Welt, da war natürlich für mich klar, was ich machen werde. Und so war ich dann auch bei verschiedenen Internetradios. Und kurze Zeit später, drei, vier Jahre später ungefähr, war ich dann auch auf UKW zu hören. Und so hat das peu a peu so Schritt für Schritt seinen Lauf genommen und ich fühle mich glücklich damit. Im analogen Bereich benutze ich zwei Rundfunkplattenspieler einer ganz renommierten Marke, die es eigentlich schon gar nicht mehr gibt. Das ist die Marke EMT, die kann ich gerne mal nennen. Diese Rundfunkplattenspieler haben damals einen Stückpreis von 10.500 D-Marke gehabt und die werden heute fast noch in Euro zum gleichen Wert gehandelt. Das ist schon etwas, was man sich gönnen sollte, will man ein gutes Studio betreiben. Ansonsten habe ich noch eine Revox Maschine PR99, die sogar zu Mastering-Zwecken benutzt worden war. Also neben den 16 Spurmaschinen damals, kam die PA99 von Revox zum Einsatz. Und die läuft zum Beispiel in meinen Sendungen für das Einspielen von Jingles, das Einspielen von speziellen Interviews. Als Aufnahmeprogramme benutze ich ein sehr gutes Programm von Steinberg. Alternativ kann man das Open-Source-Projekt Audacity nehmen. Manche sagen Audacity, das ist aber nicht verkehrt. Nicht verkehrt, wenn man das sagt, aber es ist verkehrt, wenn man es ausspricht. Nämlich es heißt Audacity, Hörbarkeit. Audacity, Velocity, English for you, Messer you, Gabel you, Löffel you. Ich präsentiere Musik abseits vom Mainstream-Bereich. Und so habe ich auch sehr viele Sender inzwischen durchlaufen, die sich für meine Arbeit interessiert haben. Und es werden viele weitere Sender folgen, die sich für meine Arbeit schon bereits interessieren. Am meisten Spaß macht mir beim Senden, frei entscheiden zu können, welchen Titel spiele ich nach dem Song, der jetzt gerade läuft. Ich habe noch eine Minute und 33 Sekunden Restzeit des gerade laufenden Songs und ich muss mich entscheiden, nehme ich den Titel oder nehme ich den Titel. Ganz, ganz wichtig, es muss musikalisch zusammenpassen. Ich nehme ganz, ganz großen Abstand von diesen sogenannten Formatprogrammen in den Radios da draußen, sondern ja, ich habe halt meinen eigenen Stil und den wird man sicherlich auch heraushören können. Wir kommen zu einem Album, zu einem ganz besonderen Album des britischen Musikers Joe Jackson. Nicht zu verwechseln mit Michael Jackson und mit dem ist er auch schon gar nicht verwandt, sondern Joe Jackson. Was hat er nicht alles versucht? Eine ganze Menge. Und er hat ein tolles Album herausgebracht im Jahre 1984. Er flog dafür nach Kalifornien, um dort in den Katakombin einer Freimaurerloge ein Album aufzunehmen. Total akustisch, aber schon mit digitalen Aufnahmegereben. Sehr interessant das ganze Ding und das Album heißt Body and Soul. Kann ich jedem nur wärmstens ans Herz legen. Aus dem Album hören wir jetzt einen Song. In dem Song geht es um das Happy End in einem Firmen. Joe Jackson. Viel Spaß. Im Interview hatte ich schon sehr viele. Mein allererstes Interview, das weiß ich noch, als ob es gestern war. Das war im Jahre 2007 ein begnadeter Jazz-Posaunist, der inzwischen schon weit über 80 Jahre alt ist und immer noch mit seinem eigenen Mercedes durch Europa tourt mit seiner Big Chris Barber Band. Das war der erste Mann, den ich interviewt hatte. Und es hat großen Spaß gemacht, mit ihm zu sprechen. Und es war eine große Ehre für mich natürlich, solch einen hochkarätigen Jazz-Posaunisten vor dem Mikrofon zu haben. Berühmtheiten. David Nopfler, Gründer der Band Dire Straits. Im Jahre 2011 vor dem Mikrofon gehabt. Auch draußen. Leider nicht im Studio, aber wer weiß, was nicht ist, kann immer noch werden. Im Studio waren Brian Parrish und Blue Weaver. Brian Parrish hatte damals die Band Badger gehabt und The Londoners. Brian Parrish ist ein persönlicher Freund von mir inzwischen geworden. Dadurch, dass ich ihn sehr unterstütze in seiner Aktivität, seit er hier in Deutschland ist, hat er natürlich eine ganz neue Baustelle aufgemacht. Und das macht er aber auch sehr erfolgreich mit etlichen Videos, die es auch bei YouTube auf den Channels zu sehen gibt. Ein weiterer guter Freund von ihm ist Blue Weaver. Blue Weaver ist, wie manche vielleicht wissen, ein bekannter, sehr bekannter Keyboarder von den Bee Gees. Unter anderem hat er sehr viele Songs zu dem Film geschrieben, Saturday Night Fever. Ein wirklich Kultfilm aus der Disco-Szene der späten 70er Jahre. Und danach kam John Travolta mit einem weiteren Film. Aber lassen wir das mal beiseite. Blue Weaver hat sehr viele Songs geschrieben für den Film Saturday Night Fever. Und so nennt er sich selbst auch Saturday Night Weaver. Blue Weaver halt. Hi, this is Blue Weaver, the original Saturday Night Weaver. You're listening to Jens Messdorf on Artist Radio. Anderweitig kreativ bin ich. Und zwar natürlich in Sachen Musik. Ich habe damals begonnen, Akkordeon zu lernen, als ich sieben Jahre alt war. Als ich dann irgendwann 22 Jahre alt war, bin ich umgestiegen auf die Orgel. Ich habe verschiedene Modelle ausprobiert, bis ich dann zum ultimativen Instrument gekommen bin. Zum Traum aller möchte gerne Organisten und jeder Organist möchte gerne eine originale Hammond-Orgel bei sich zu Hause oder im Studio stehen haben. Das ist nun der Fall seit ein paar Jahren. Ich habe die Orgel selbst restauriert, für wenige Euros damals gekauft. Seit den 60er Jahren wurde die Hammond gebaut, oder seit den 50er Jahren sogar, wurde die Hammond gebaut. Und es gibt noch wenige Exemplare, die wirklich gut laufen und auch noch gut klingen, dementsprechend. Ich habe mein eigenes Modell restauriert. Es macht mir große Freude, darauf zu spielen, dann und wann mal. Leider viel zu selten, aber es macht immer wieder Spaß. Ich habe euch ja vorhin gesagt, Jön würde etwas später kommen. Nun ja, das stimmt nicht so ganz. Oh Gott, ihr habt euch doch wohl nicht getrennt? Das hättet ihr mir doch bestimmt erzählt. Erich, hat er dir was gesagt? Ja, ich kann mich gut daran erinnern, an diese Rolle, die ich da spielen durfte. Ich weiß nicht, ob mir die Rolle auf den Leib geschrieben ist. Eher nicht wahrscheinlich, aber ich spiele in dem Film einen Alkoholiker, einen alkoholkranken Familienvater, dessen Sohn in diesem Film ums Leben kommt. Er wusste ganz genau, wie sehr er seine ständigen Vorwürfe und Launen hasste. Dieses Mal ging er einfach zu weit und ich wollte nur noch, dass er endlich Ruhe gibt. Erich, Erich, merkst du gar nicht, was hier los ist? Ich griff nach dem Bügeleisen und schlug es ihm mit voller Wucht an den Kopf. Ja, es hat richtig Spaß gemacht und ja, diese Rolle, die war schon gut. Ja, ich gefiel mir. Dieser Film war für mich eine ganz große Herausforderung. Zum einen deswegen, weil ich mitproduzieren durfte bei dem Film und zum anderen ich auch Musik schreiben durfte. Und so gibt es die eine oder andere Szene in diesem Film mit meiner Musik. Ich muss sagen, es hat Spaß gemacht und ich freue mich auf ein nächstes Filmprojekt. Ich bin für alles offen, ganz klar. Und meine Kreativität wird niemals ihre Grenze haben. Ich möchte für die Zukunft natürlich dieses Projekt, was sich eigentlich Artist Radio nennt, Künstlerradio. Ja, da ist jeder herzlich willkommen, bei mir anzuklopfen, mich anzuschreiben und zu fragen, hey, hast du Lust auf ein Interview? Das würde ich mir wünschen. Ich bin gerne bereit, jeden Künstler mit aufzunehmen in diese ganz, ganz, ganz große Gemeinde der hochtalentierten Musiker, die es verdient haben, mehr als verdient haben, mal nicht nur auf Bühnen zu stehen, sondern auch in den Radios gespielt zu werden. Das ist mein großes Bestreben und ich wünsche mir persönlich, dass es noch viele, viele Erfolge gibt von diesen Leuten, die schon bei mir waren. Ebenso wünsche ich mir, dass noch mehr Leute dazukommen. Das ist meine Mission sozusagen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020